Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Base Star Wars Outlaw, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von Ubisoft. Wir sind in der imperialen Basis, das letzte Mal eingebrochen, und suchen Gideak, ein Freund von uns, Dorian Bauer, der denen irgendwie ganz schön geholfen hat, richtig krasse Sachen zu bauen. Nicht ohne und auch überhaupt nicht lustig. Aber egal, wir finden den und retten ihn, und dann hilft er uns und nicht mehr denen, und dann ist alles in Ordnung. Gideak! Lang nicht gesehen! Kriegst nicht oft Besuch! Ist das Kay Vess? Unmöglich. Die würde sich niemals hier blicken lassen. Ich hab mal Auftrag. Die Art, von der wir früher auf Kanto nur geträumt haben. Tja, ich hab ausgeträumt, Kay. Sie, wohin es mich gebracht hat. Ich weiß, dass du Feinde hast. Ich hab Stress mit nem Torwächter-Droiden. Einigen wir uns. Hast du ein Schiff? Ich hab ein Schiff. Und ein BX-Kommando-Droiden. Originalteile? Keine Ahnung. Frag ihn doch selbst. Okay. Bin dabei. Toll. Wie in alten Zeiten, hm? Gideak! Können wir jetzt gehen? Ja. Lass uns gehen. Ah, den mag ich jetzt schon. Cooler Typ. Es gibt einen Turbolift, der dich zu einem Wartungsausgang bringt. Du kommst nicht mit? Ich kann einfach mit meinen Zugangscodes raus. Es gibt nur noch ein kleines Problem mit einem, äh... Bei Patroiden, dass wir uns kümmern müssen, bevor wir uns mit einem Auftrag befassen. Hat es was damit zu tun, weshalb die Hutten dich töten wollen? Sparen wir uns die Details, bis wir beide draußen sind, ja? Die Garnison wird einen kompletten Sicherheitscheck durchführen. Hey, ich hab die Zugangslücke auf der Rückseite entriegelt. Verschwinde, wir reden später. Na komm, Nix. Da ist das jetzt hier hinten, oder? Wir haben ein Leiter! Wenn das mal gut geht! Hey, komm mal los! Hey! Jetzt müssen wir uns wieder rausschießen. Hm? Oh, okay. Okay, jetzt keine Kiste. Für Action gleich wieder. Okay, 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 hier nicht. Muss ich jetzt hier entkommen? Ich kann aber jetzt einfach hier wieder reinhüpfen und mich weiter umschauen. Oder darf ich das nicht? Dann zeigen wir denen, wer hier das Sagen hat. Das letzte Mal, dass ich versucht habe, einen Verdächtigen festzunehmen, hat er... Ich kann doch gar nichts tun. Ich brauche Verstärkung. Eröffne das Feuer! Zentrale, könnt ihr mich hören? Elise? Ah, der Schwanger! Ach! So könnte ich rivieren? Ah! Ah! Ah!!! Ah – keine Angst! Ah – keine Angst! Ah! Ah... Mein Seinste Problem ist eh nur noch der, ich weiß nicht, an den glaube ich gar nicht erledigen, aber... Hier ist halt leider ein Granatwerfer, dann hätte ich hier natürlich mit Kusshand genommen. An Granaten, ich weiß aber nicht viel gut die Hälften gegen den. Egal, ich will jetzt erstmal, wie viel brauchen wir denn noch? Drei Schätze sogar. Ich meine im Tresor ist natürlich einer... Da bitte, ich kann hier irgendwo mal irgendwas machen, um den auszuschalten. Okay. Muss in die Mitte, muss vorne hin, kann also gut hier sein. Der könnte gut hier sein und dann ist es raten. Okay, wir haben alles falsch. Das ist der hier muss hinter. Der ist der Erste, der ist der Zweite, der ist der Dritte. Der ist der Zweite, der ist der Zweite. Der ist der Zweite, der ist der Zweite, der ist der Zweite, der ist der Zweite. Das hier kann ich nicht hernehmen. Okay. Badealbi. Mal schauen mal an, hier ist noch einer, den wir kaputt machen können. Der letzte. Da hinten ist eine Kiste. Hier ist eine Zugangskarte. Das habe ich gesehen. Hört bitte, da kann ich nachher von links einfach durchgrabbeln. Perfekt. Ist jemand in der Nähe? Oh. 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 Well done. Ja, das ist es. Oh, oh. Oh, mach halt noch langsamer. Welche Richtung ist denn dieses Überbrücken drinnen schon? So, jetzt gehe ich hier nicht weg, bevor wir nicht alles haben. Da haben wir uns so viel Mühe gegeben, hier alles zu plieren, alle Alarme auszuschalten und so weiter. Jetzt müsste ich alles neu machen, wenn ich jetzt mit der Mission abhau. Gar keinen Bock drauf. Hier kann ich halt nicht weiter. Das muss irgendwie anders dahin gehen. Hm. Woher komme ich denn da hin? Ja, 30 Meter in die Richtung ist gegangen jetzt. Röhrenlabordaten. Hm. Also das hier ist ja wohl das Röhrenlabor. Sag mal, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Konsole, die ich einfach neu übersehen habe. Sehr gut. Da geht aber ein Lüftungsschacht hin. Da geht es halt von wo? Ja, den habe ich ja, war ja nix, war nur die Kamera, genau. Da muss ich doch hier oben irgendwo probieren. Der Dächer ging ja nur zurück. Weiter nach rechts kann ich auch von hier nicht. Ich schau mich mal ein bisschen um, ob ich noch irgendwo Lüftungsschächte finde oder sowas. Ja, ich schau mich mal. Bin ich gestorben. Okay, ich bin wieder hier. Ich muss wieder raus aus der Basis. Jetzt leben wir hier alle wieder. Such dir Deckung nix. Probierst du... Nein, nein, nein. Hey! Mann! Ah, ich bin wieder rein hier. Da eigentlich nicht. Scheiße jetzt. Jetzt bin ich schon da. Wir hauen jetzt doch an. Denn es leben wieder alle und alle Alarmes sind wieder an. Das ist, was ich sage. Kleine Warnung. In einer Stunde gibt es eine Übung. Lasst uns antrücken. Was war das? Ich schlage ihr Alarm. Ich rufe Verstärkung. Er greift sie! Nix? N.D. 5? Habt ihr Deck gefunden, er ist dabei. Gut. Jalens Gewürz wurde an Surat übergeben. Ich schlage vor, du findest heraus, warum die Syndikate hinter deinen Freund hier sind. Und bringst es in Ordnung. Oh, ich finde es heraus. Er hatte schon immer ein Talent dafür, sich Ärger einzuhandeln. Das überrascht mich keineswegs. Ich habe inzwischen die Bahnbrecher nach Sachin gebracht, um näher an deinem Standort zu sein. Okay. Dann ist die Quest jetzt mal fertig. Irgendwie... Ich will das jetzt wieder rein, ich will das jetzt machen. Hey Gedik, wie lösen wir das Droidenproblem? Ist dein Gleiter wassertauglich? Äh, wenn es flach ist? Darum kümmern wir uns zuerst. Mein Kumpel Tenmin Wexley hat bestimmt noch einen Hydro Repulsor auf Lager. Hm, dann kann ich endlich über Wasser. Kay, Surat hat sich gemeldet. Er hat einen Auftrag für dich. Oh, das überrascht mich. Mach mich nicht unglücklich, Kay. Uppse. Okay. Aber von hier aus kann ich nicht wieder rein, oder? In die Basis. Zumindest nicht so, wie ich es gern hätte. Glaube ich. Mal schauen wir mal. Dann kann ich nur den Weg wieder zurück gehen. Ist auch nicht richtig. Na super. Und dann bin ich hier in der Sackgasse gelandet. Ah, dann sollen sie es halt gleich wieder zuspüren, hm? Aber naja. Wir haben es ausprobiert. Also Ressortraum hat er nicht gespeichert. Und... So immer das andere ist. Aber wir können halt jetzt wenigstens wieder rein. Dassel und denke so leerみたい notion. Töten. unsure das für mich. Liebben. Hmm... Es muss immer Listen. Ich bin gut entfernt. Ja, du sagst fantastisch. Ja... Hey, ich kann��LC. da ist wir machen hier wieder, wir clean hier wieder alles, vielleicht, der ist grad sich sogar raus, das habt ihr alles schon gesehen, so ich mein wir haben jetzt noch nicht alles gemacht, aber hier die Tür geht jetzt auf, oh wunderbar und hier haben wir noch mal ne Kiste. Wieso darf ich da jetzt nicht? Auf die Konsole zugreifen? Die ist jetzt irgendwie kaputt. Hm, ja bitter. Die sind hinter und her. Hier ist ein Eindringling. Oh nein. Ist hier plötzlich auch ein Schacht, der war das letzte Mal noch nicht da. Na wer sagt's denn? Ein guter Rat wie Akiva? Geh niemals schwimmen. Ich habe nichts von deinen Blastern gehört, aber hoffentlich stimmt es. Geh mehr her. Vorst rung 2 ist 6.4. Haltet sie auf! Herr Freie Raufbau! Ich hab's! Sucht sie! Wo ist sie? Wir haben sie verloren! Wir haben sie verloren! Wie war sie? Wo ist sie? Ja, hier! Wir haben hier. Und dann ist der Kampf vorbei. Was siehst du? Hast du was, Kleiner? Alle Vorschusschiebungen haben Konformitätsberichte vor Schichtende einzubringen. Hast du was, Kleiner? Ja! Genau. 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 Ist jemand in der Nähe? Hallo. Dann baller ich mich jetzt hier raus. Da müssen wir mich alle am Arsch lecken. Ich muss sie finden. Cheers! Hey, der war noch scharf auf uns. So, das habt ihr eigentlich auch schon gesehen, aber das höchste nichts. Wenn ihr das nicht speichert, machen wir es nochmal. So, ich werde es nochmal probieren im Röhrenlabor. Klingt immer so, als ob die direkt bei mir wären. Schalten wir den Alarm ab. Was ist das für ein Vieh? So,imbabar. Ja. Der ist wieder neu besetzt hier drin. Das gibt's doch nicht. Machen die das denn immer? Machen die das denn? Bioreaktortest in Sektor 3 wird in Kürze durchgeführt. Alle beiden bleiben sich bitte bei Ihrem Vorbestimmten. Was war das? Da, greifen wir sie alle einzeln her. Ich hoffe noch nicht, dass die Konsole diesmal funktionieren. Ansonsten weiß ich nämlich langsam nicht mehr, was ich tun soll. Entspannt euch, es ist vorbei. Oah! 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 Forschungsteam 2, 8604. Bereist die mich auf eine Kristeanalyse der Probe 860 vor. Was siehst du? Klingt gut. Hm. Aber hier draußen konnte ich ja nix machen. Muss kurz nachschauen. Fröhrenlabordaten. Hm. Ich hab jetzt nicht viel dazu gefunden leider. Lagerbericht. Ach. 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 Wir machen nochmal. Ach. 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 nochmal rein. Ich hoffe das dann irgendwo speichern kann. Und laden. Schönen. Ach. 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 dann machen wir das doch mal. Ach. mit dir los. Ach. Ach. geklärt. Ach. 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 Das machen wir doch hier raus. Den holen wir uns in dem Part noch. Schön leise nix. So. Ach. Da ist noch ein Problem. Ach. 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 Wunderbar. Und dann holen wir uns die zwei Kisten wieder. Mal warten. Warte, mich hat doch gar keiner gesehen. Was war das? Nee, das ist ein Sperrgebiet. Das sollten wir uns ansehen. Hier darfst du nicht hin. Schauen wir mal nach. Verstanden. Halte Augen und Ohren offen. Ja, auf und wahr. Jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen. Nix. Es ist Showtime. Was? Da sagt, bitte hier, komm ich raus. Klingt gut aus. Was denn jetzt? Komm mal raus hier. Eine Gelegenheit ist in der Nähe. Gar keine. Okay. 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 Die Arfe. Ja, auch keinen Bock. Da gehen wir auch hier umrum. Achso, aber nee. Warte mal. Reale Außenposten mit Schatz. Natürlich ätzend. Aber den machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut bis dahin. Tschüssi.